Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung eurer Einsendung. Heute in Folge 62 von Syonis eingesendet ein kleines Minecraft-Idyll. Diese Map, so schreibt, er wurde zunächst als Survival-Projekt erstellt, entwickelte sich aber schnell zu einem eher kreativen. Es sind einige Redstone-Techniken verbaucht, jedoch nicht allzu viele, dass ich es als ein Redstone-Werk bezeichnen würde. Die Map ist so aufgebaut, dass man mit ihr ohne große Probleme das harte Leben im Survival überstehen kann. Viel Spaß beim Erkunden. Und meine Güte, Leute, schaut euch das mal an, wie hübsch das aussieht. Das ist wirklich, wirklich, wirklich und auch zu Recht als solches tituliert ein Minecraft-Idyll. Wow. Echt. Vom Baustil ist das total schön. Hier wurde Holz, vor allem Planks, wirklich das ganz klassische Oak, die klassischsten und grundlegendsten Minecraft-Baumaterialien. Und zwar Oakwood und Cobblestone. Diese beiden Materialien wurden hier so wunderschön in Szene gesetzt, dass ich meinen Mund, ehrlich gesagt, gar nicht mehr zukriege. Allein dieses Brückendesign finde ich sagenumwogend schön. Lasst uns diese Welt in Ruhe erkunden. Der Startpunkt war, so ich mich erinnere, hier. Hallo. Hier gibt es ganz, 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 ganz viele Hallo-Abenteurer-Bücher, in denen steht, Hallo, liebe Abenteurer. Dies ist weniger eine Redstone-Map, sondern eher eine freie zu erkunden, eine Map zum freien Erkunden. Natürlich werden auch ein wenig Redstone-Sachen verbaut, doch nicht viel, dass die Map als ein Redstone-World benannt werden könnte. Diese Map ist als Riot-Projekt entstanden. Okay, das kennen wir schon aus der Videobeschreibung. Ich habe die Map eingeschickt, da ich aktuell noch nicht weiß, was ich sonst noch bauen soll. Das heißt, liebe Leute, ihr könnt in den Kommentaren Sachen vorschlagen, die sich der Erbauer ziemlich sicher anschauen wird. Dann geht's los. Erkunden wir dieses Idyll. Das hier scheint ein Eingangsbereich zu sein. Ich suche immer gerne nach einem Zentrum oder von irgendeinem Ort, von wo aus man verschiedenste Bereiche erreichen kann. So, das ist erstmal ein relativ langes Treppenhaus. Hier sieht man auch im Detail, wie schön man designen kann. Und nochmal, was ich einfach an dieser Map feiere, ist, dass es wirklich so spartanisch simpel ist. Oakwood und Cobblestone. Mehr braucht man nicht. Und man kann so schöne Sachen in Minecraft bauen. Heureka. Wir haben hier ein Map, aber wir befinden uns gerade hier. Lass uns dann erstmal zu dieser Insel da vorne gehen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Dann müssen wir erstmal durch das Haus durchgehen. Ah, aha, eingerichtet ist es noch nicht. Okay, das wurde also alles erstmal von außen gebaut. Dieses Haus zumindest ist noch nicht eingerichtet. Ein Bett immerhin steht drin. Hat es denn ein zweites Stockwerk? Ja, bestimmt. Wie kommt man da hoch? Weiß ich nicht. Unbestimmt. Gehen wir mal von oben. Vielleicht finden wir hier den Durchgang nach unten. Nö. Wurde hier ein zweites Stockwerk gebaut ohne Treppe? Leute, echt jetzt? Es gibt keine Treppe nach oben. Bin ich blind. Ich bin bestimmt blind. Nein, ich bin nicht blind. Es gibt keinen Weg nach oben in diesem Haus. Und es gibt ein zweites Stockwerk? Halleluja. Okay, lieber, ähm, ich konnte den Namen sprechen. Ich bin immer falsch beschrieben. Aus Sionis. Ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen. Erste Idee, was du bauen kannst, eine Treppe nach oben. Nur so nebenbei erwähnt. Weiß nicht, ob das jetzt dir mundet, ob das was ist für dich. Aber hätte ich dir vorgeschlagen. Hier gibt es ein großes Weizenfeld. Das ist hier auf einem wunderschönen Außenbereich gebaut. Okay, auf so einer Empore. Finde ich schön. So ein Baustil. Gefällt mir. Hier geht es zur Brücke. Hast du das schön gemacht? Ha, so liebevoll eingerichtet das Ganze. Und einfach das Beste von allem Oak und Cobblestone. Das war's. Das reicht, Leute. Seht ihr? Seht ihr? Immer die Minecrafter von 2020 sagen, alle, ihr müsst möglichst tausend viele verschiedene Materialien in ein Bauwerk kloppen. Je mehr Blöcke, je mehr verschiedene Blöcke, desto besser sieht es aus. Ich sage, nein. Ich bin ein Mensch, der Minimalismus sehr, sehr interessant findet. So. Und das ist eine wunderschöne kleine Campingfeuerstelle. Wow. Also hier abends ein kleines Barbecue. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet in dieser Welt gefangen. So Sword Art Online, nur halt in Minecraft. Ich glaube, ich würde gerne hier in diesem Haus wohnen wollen. Ich hätte gut noch Arbeit. Ich könnte noch eine Menge tun. Es gibt noch eine Menge zu tun hier. Man kann noch eine Menge bauen. Aber diese Welt ist tatsächlich für Survival-Spielen echt ideal. Für ein kleines Roleplay. Oder falls ihr, liebe Leute, mit einem Survival-Projekt beginnen möchtet, dann downloadet doch diese Welt und nutzt diese Welt als Startwelt. Als Startwelt für ein Survival-Abenteuer. Denn in dieser Welt findet ihr schon mal alles, was ihr benötigt und auch nicht mehr. Und das ist super. Ihr seht, wir haben verschiedene Plateaus, auf denen schon Tiere sind. Das heißt, hier kann man schon mal Viehzucht betreiben. Das ist wirklich echt toll gemacht. Das Ganze ist auf dem Berg. Das heißt, wenn ihr das Ganze noch gut ausleuchtet, es ist schon teilweise ordentlich ausgeleuchtet, dann habt ihr auch so schnell keine Probleme mit feindlichen Mobs. Und ihr könnt halt auch mit mehreren Spielern hier zusammenspielen. Es gibt eine Menge zu erleben. Es ist eine wunderschöne Welt, die wunderschön eingerichtet ist. Wow. Ich bin wirklich hin und weg von dieser Welt. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es holt so ein bisschen diesen Spielcharakter von Minecraft heraus. Nicht Redstone und so. Es soll ein bisschen Redstone geben. Bis jetzt habe ich noch keinen Redstone gefunden. Wir werden aber gleich mal ein bisschen die Welt unter die genauere Lupe nehmen und schauen, ob es vielleicht irgendwelche Secrets gibt oder andere Sachen gibt. Werden wir auf jeden Fall mal in Ruhe erkunden gehen. So, folgen wir erstmal diesen ganzen wunderschönen Wegen. Hier ist ein etwas massiverer ausgebautes Haus. Hier ist der Türsteher Chris und hier scheinen ein paar Leute zu wohnen. Wir sehen auch an diesem Haus, das ist irgendwie anders. Hier wurden nämlich auch andere Baumaterialien hier mal verwendet. Bin gespannt. Das ist eine Taverne. To the Crypt Pony. Nice. Es gibt eine Taverne. Aha. Hier ist es auch ein wenig wohnlicher. Sex on the Beach und eine Wodka Himbeere gibt es als Cocktails hier zu genießen. Und ein Ausblick auf einen wunderschönen Strandbereich. Okay, natürlich mit Barriereblöcken wurden die gearbeitet und anderen Worten. Diese Welt ist hiermit widerlegt nicht im Survival entstanden. Beziehungsweise vielleicht teilweise. Durch die Barriereblöcke werden die Villager nicht ausgebüchsen. Das ist auch nicht schlecht. Ist gar nicht mal so übel durchdacht. Na ja, schön wäre es vielleicht noch in Zukunft. Der Bild hat ja nach Ideen und Vorschlägen äußert. Vielleicht so einen Weg nach unten und einen ausgebauten Strand. Wäre bestimmt eine nette Sache. Hier geht es um Design. Hier geht es um echt ein schönes Design. Die haben nämlich Pferdestallungsanlagen. Pferdestallungsanlagen so herum. Mega, mega nice. So, weiter geht es. Das hier ist ein kleiner Brunn. Ah, schön. So ein richtig klassischer Brunn. Wie man ihn aus Märchen kennt. Es geht weiter. Hier haben wir noch ein großes Haus. Auch dieses Haus scheint tatsächlich schon eingerichtet zu sein. Das heißt, wir hatten vorhin einfach ein Haus gefunden, das noch nicht eingerichtet worden war. Wobei ich das Entlegene immer sehr schön finde. Ich mag es, wenn etwas entlegen ist und trotzdem in der Nähe ist. Ich glaube, ich würde wohl in diesem Haus da vorne wohnen wollen. Wenn ich in dieser Welt wäre, würde ich wohl gerne hier wohnen wollen. Ich mag es nämlich, wenn man schon in der Nähe eines Dorfes ist. Aber ich mag es halt auch, wenn du so ein bisschen was Entlegenes hast. So ein bisschen für dich bist. Das gefällt mir tatsächlich so als eigenen Wohnstil und etc. sehr, sehr gut. Hier nochmal eine wunderschöne Brücke. Die rüberführt auf die andere Seite. Schauen wir uns dieses Haus mal an. Schön gemacht. Auch sehr spartanisch eingerichtet. Sehr einfach eingerichtet, aber praktikabel eingerichtet. Ja, man kann sich nicht darüber beklagen. Außer die Tatsache, dass schon wieder ein World-Edit-Haus ist. Kann das sein, dass es einfach bei World-Edit hier rüberkopiert worden ist? Naja, es gibt immer noch keine Treppe nach oben. Welch ärgern ist. So, gehen wir hier durch den Zaun. Hallo, hallo, hallo. Hier gibt es weitere Felderanlagen. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Felderanlagen. Diese Welt könnte wirklich aus irgendeiner Fantasy-Welt sogar entstammen. Wow. Stopp. Aha. Hier gibt es einen Weg nach oben. Aha, aha. Hier wurde also mal ein Weg nach oben gebaut. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Was haben denn wir noch weiteres? Da vorne ist noch ein Weg. Futter. Ein weiterer Brunnen. Und ein Weg. Der führt uns wohin? Ah, zu dem Turm dort. Mit einer Flagge sogar drauf. Ach, schön. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, Leute. Aber diese Welt, die hat irgendwie, irgendwas hat die, ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht in Worte fassen. Aber während ich hier durch die Welt laufe, ähm, ich habe irgendwie einen Nostalgie-Trip gerade. Ich bin irgendwie gerade so, als ich früher noch Minecraft gespielt habe, ohne YouTube zu machen und so, wo ich einfach gerne Minecraft gespielt habe. diese Welt ist eine Welt, wo jemand einfach Spaß beim Bauen hat. Und das ist einfach so liebevoll eingerichtet. Diese Welt ist so liebevoll gemacht. Das gefällt mir so gut. Dass diese Welt wirklich mit so viel Liebe eingerichtet worden ist. Oder? Seht ihr das auch so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, jetzt gucken wir mal, was es hier noch gibt. Denn ihr seht, aha, da ist ein bisschen was unter Tage. Das dachte ich mir schon. Bei einer solchen Welt wird es bestimmt auch Dinge geben, die unter Tage sind. Die wollen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Wir haben hier nochmal einen Durchgang. Hier ist es ein bisschen dunkler. Da ist unser Redstone. Nice. Schön gemacht. Okay, nice. Wir haben hier so eine Art kleinen Vorbereich. Die Frage ist, gibt es hier auch eine Treppe nach oben? Bestimmt. Ich muss mal so ein bisschen jetzt auf die Suche gehen, wo die Treppe nach oben ist. Da ist die Treppe nach oben. Das heißt, ah ja, hier ist der Durchgang. Hier ist eine Treppe nach oben. So, aber es gibt noch mehr. Und zwar, da gibt es etwas. Das scheint man von hier aus zu erreichen. Aha. Und plötzlich wird es ganz interessant. Jetzt kommen nämlich interessantere Sachen. Hier sind kleine Buddies. Oh, Buddy. Hallo, Buddy. Oha. Wow. Es ist beeindruckend. Diese Welt ist wirklich beeindruckend. Und es wurde Leben in diese Welt gebracht, durch die Villager, die hier eine Rolle bekommen. Wow. Was für eine spektakuläre Höhe. Die Decke könnte vielleicht ein bisschen besser ausgearbeitet werden, aber hey, ich darf erst recht nicht über das Design meckern. Es gibt einen Whirlpool. Eine automatische Beleuchtung. Schlafzimmer. Obligatorisches Bild. Licht. Wie ein Fenster wirkt das Aquarium hier. Da ist der Lichtschalter. Und eine große Bibliothek. Was gibt es denn noch? War das alles? Das war scheiße. Da unten ist noch ein Binschacht. Stopp. Da ist noch was. Oh, da ist ein bisschen mehr Technik. Was macht diese Technik hier? Was macht die Technik? Wird das ein Codeschloss? Ja, das wird ein Codeschloss. Oder wird das ein Alexa? Ich glaube, das wird ein Alex. Ja, das wird ein Alex-System. Ah, cool. Das heißt, wir können jetzt rot anmachen. Und jetzt geht die rote Lampe an. Das ist aber eine sehr einfache Version des Alex-Systems. Hier wird es einfach nur binär übertragen in eine Station. Mein Alex-System synchronisiert sich ja noch, aber das ist schon mal interessant. Wir haben hier binäre Datenübertragung. Das heißt, über ein Redstone-Signal können acht verschiedene Signale übertragen werden. Das ist gut gemacht. Ah, witzig gemacht. Und nett und kompakt gelöst. Ja, also Leute, tolle Welt. Tolle, tolle, tolle Welt. Downloadet sie gerne. Fangt gerne hier ins Survival-Abenteuer an. Und ja, hier ist noch offen für alles. Ihr könnt noch so viel daraus bauen. Und aus dieser Welt kann noch so viel entstehen. Einzigen Tipp, den ich an den Entwickler geben möchte, ist, behalte dir dein Baustil bei. Das sieht toll aus. Das sieht so toll aus. Und das gefällt mir. Es macht Spaß. Hol dir ein paar vielleicht noch andere Spieler dazu, die hier mitspielen. Aber das ist doch mal echt eine mega coole Welt. Vielen Dank fürs Einsenden. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.